Die Eintracht sorgt damit für ein Kuriosum, denn Renau beerbt Hiradecki in Frankfurt voraussichtlich bereits zum dritten Mal in seiner Karriere. Bereits im Jahr 2013 beim dänischen Erstligisten SBRKFB und 2015 in Bröngbibar Renau als Ersatzmann für den wechselnden Hiradecki verpflichtet worden. In den vergangenen Monaten hatte die Eintracht vergeblich versucht, die Zusammenarbeit mit Hiradecki 28 zu verlängern. Der finnische Nationaltorhüter ist bei diversen Bundesliga-Rivalen im Gespräch. Video Ronaldo verpasst CL-Rekord, nur einer war später. Eintracht Eintracht